Moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Weihnachten ist rum, meine Aktion 30 Tage 30 Videos ist rum. Es gab tatsächlich dann gestern am zweiten Weihnachtstag 2018 kein Video. Einzig und allein aus dem Grund, dass ich heute einen Tag später dann direkt wieder loslegen kann. Das mache ich auch mit großer Freude, denn wie ihr im Abschlussvideo gesehen habt, habe ich ja einiges da, was mir quasi schon auf den Nägeln brennt, was unbedingt vor die Kamera möchte. Und anfangen möchte ich heute mit einem ganz besonderen Stück. Es ist eine Chirogorov-Senkewitsch-Kollaboration. Es handelt sich um das Modell Sigma. Ein Karton, der dem Messer in keinster Weise gerecht wird. Das ist ein Stück, das sich im Preisrahmen, glaube ich, um 1300, 1400 Euro bewegt. Ich habe das Video, beziehungsweise die Videos von Dr. Frankie gesehen, die möchte ich an der Stelle auch gerne mal empfehlen zu diesem Thema. Der hat gesagt, die wurden von dem einzigen Importeur für die Messer in den USA dann quasi über eine Lottery rausgegeben. Und er hat dann irgendwann eine Mail gekriegt, dass er jetzt 1300 Dollar bezahlen dürfe, um dieses Messer zu erwerben. Es gibt in der Tat nur 200 Stück. Und das Teil ist meiner Meinung nach ein absolutes Kunstwerk. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich es mit dem Licht machen möchte. Ich habe die Kameraleuchte jetzt nochmal ausgelassen. Habe also nur meine beiden Studioleuchten aktiv. Ich glaube, ich belasse es auch erstmal dabei. Das Teil ist, ich kann gar nicht so viel zu diesem Messer sagen. Ich möchte im Grunde einfach nur, dass ihr genießt, was ihr hier zu sehen bekommt. Und, weil es sich tatsächlich unheimlich lohnt, die Art und Weise, wie die Stahlbezeichnung angebracht ist, das Zeichen für das Multi-Row-Bearing-System ist ja eine Shiro-Gorov-typische Bezeichnung, die sich dann auch auf meinem Nudist wiederfindet. Und, ja, das ist also diese Bananenform, dieses Ergonomische, was ich damals, also nicht genau in dieser Form, sondern was ich damals schon bei den Ken Onion Messern immer so bewundert habe, dass einfach Form follows Function betrieben wird, und zwar in Reinkultur. Eine Klinge, die ungewöhnlich scheint für ein Messer in dieser Preisklasse, in dieser größten Kategorie, die vielleicht ein ganz klein bisschen, das wurde auch schon in anderen Videos erwähnt, an das Spidey-Chef erinnert. Ich glaube, es ist einfach eine ganz fantastische Utility-Klinge. Ja, ich will darüber in der Form jetzt gar nicht urteilen. Ich möchte euch dieses Messer zeigen. Ich möchte, dass ihr partizipieren könnt an dem, was mich an diesem Messer so begeistert, ohne das jetzt in irgendeiner Form zu werten. Wenn wir von Preisen deutlich über 1000 Euro sprechen, dann stellt sich die Frage nach dem größtmöglichen Nutzen nicht mehr. Dann handelt es sich dabei um Liebhaberstücke, um Sammlerstücke, um limitierte Editionen, um ganz besondere Messer mit besonderen Materialien. Und ja, dementsprechend soll das ein Alleinstellungsmerkmal dieser Messer bleiben, dass da nicht mehr über den praktischen Nutzen diskutiert werden muss. Allerdings bin ich davon überzeugt, dass bei dieser unfassbar guten Handlage und der ganzen Kling-Geometrie dieses Teil durchaus überzeugen würde. Wenn also jemand in der Lage ist, ein Messer in dieser Preisklasse als EDC-Messer mit sich zu führen, dann wird er von diesem Stück garantiert nicht enttäuscht werden. Ihr habt es gesehen, M390 ist der Stahl. Kommen wir mal kurz zu dem, was mitgeliefert wird. Hier die typische Karte, in dem Fall doppelt gemarkt, einmal Chirogorov, einmal Sienkiewicz Design. Auch doppelt unterschrieben, sehr, sehr cool. Das Siegel, Dimitri Sienkiewicz, hat also genau wie Sergej Chirogorov unterschrieben. Carbon Fiber, Titanium Handle. Ja, das Titanium bezieht sich auf den Subframe- oder Liner-Lock, je nachdem, wie man es betrachten möchte. Soweit ich mitbekommen habe, ist der übrigens verpresst. Der ist also in keinster Weise irgendwie innen verschraubt, sondern das Teil ist verpresst. Und wenn das wirklich so sein sollte, ja, unglaublich. M390 und die Multi-Row Bearing System. Nummer 122 von 200. Eine Limitierung auf 200 Stück ist auf jeden Fall eine strenge Limitierung. Da brauchen wir nicht drüber reden. Jetzt mache ich doch mal ein bisschen Licht. Versuchen wir mal eben hier reinzuschauen. Und ich hoffe, ihr könnt das sehen. Also ich kann da keine weitere Verschraubung entdecken. Das Ding scheint in der Tat nur verpresst zu sein. Nichtsdestoweniger haben wir einen Keramik Detent Ball. Und wohl auch noch ein Steel Insert vorne. Wir haben einen Frame-Lock, der extremst früh zumacht. Das wird natürlich jetzt einige begeistern, gerade die Sammler. Die Hard-User werden jetzt wieder sagen, ach, das Ding versagt doch direkt beim ersten Mal, wenn ich es hart rannehme. Wie gesagt, wird nicht kommentiert. Ich stelle nur fest, das Carbon Fiber wurde mit einer traumhaft schönen Struktur versehen. Eine Art Wellenlinie. Fantastisch, gibt dem Carbon Fiber A einen ganz besonderen Look und B ein ganz klein wenig Grip. Das gefällt mir sehr gut. Die Achshülse und die Achsschraube auf der Gegenseite natürlich wieder proprietär. Mit diesem anodisierten blauen, ja fast schon Quadrat versehen, auf der Klinge selber gemarkt. Dafür muss ich wahrscheinlich das Kameralicht wieder ausschalten. Auf der Rückseite haben wir noch Sienkewitsch-Design. Klingenwurzel, der Flipper-Tab hier unten. Und dass die Klinge im Endeffekt höher wirkt als der Griff selber, erinnert mich so ein ganz klein wenig an das Tashi-Design. Nichtsdestotrotz ist das hier doch schon ganz eigenständig die Handschrift von Sienkewitsch. Man vergleiche das nur mal mit den ZT-Modellen aus der 0450, 0452er Reihe. Da wird man doch sehr schnell Parallelen erkennen. Ja, was haben wir noch? Wir haben Grindlines, die traumhaft ausgeführt sind. Habe ich selten so schön gesehen. Der Anschliff hier unten, das ist absoluter Wahnsinn. Wirklich absoluter Wahnsinn. Die Schneidphase, so wunderbar fein ausgeführt. Da werden wir uns gleich mal anschauen, auf wie viel die Klinge ausläuft. Es fühlt sich auf jeden Fall paper thin, also papierdünn an. Ich würde sagen irgendwas um 0,3, 0,35. Kann ich mich jetzt aber auch total verhauen. Werden wir uns gleich einfach mal anschauen. Ich glaube die Klingenstärke beträgt 3,5 mm. Werden wir gleich auch nochmal verifizieren. Ansonsten haben wir noch einen blau anodisierten Backspacer, der hier vorne ein ganz klein wenig noch übersteht. Wunderschön ausgeführt, ein integriertes Lanyard Hole. Allerdings würde ich kaum glauben, dass dort Paracord durchgeht. Der Clip, auch wenn er aussieht wie ein gebogener Blechclip, ist aus dem Ganzen gefräst. Gefällt mir auch sehr gut. Vereinigt quasi Best of Both Worlds. Ja, kleiner Dreher drin, das passiert nach den Feiertagen. Da ist das ganze Blut wahrscheinlich noch im Magen unterwegs, statt im Hirn. Ja und ansonsten super cleanes Design. Wunderschönes Klingenfinish. Klingengeometrie, die dazu einlädt, das Ding auch in der Küche zu benutzen. Eine Klingenlänge von, ich glaube es sind 10,5 cm, vielleicht sogar noch knapp über 10,5. 4,1, 4,2 Inch. Sowas um den Dreh. Dadurch, dass die Klinge weit zurückgeführt wird hier unten, sogar noch ein ganz klein bisschen über den Griffabschluss hinaus und sehr tief gezogen ist, habe ich ein effektiver Schneide sogar noch ein bisschen mehr. Auch das ganz, ganz toll gelöst. Also ich muss sagen, dieses Teil begeistert von vorne bis hinten. Und ja, das Beste wisst ihr noch gar nicht. Bei einer Gesamtlänge von, ich weiß es gar nicht genau, und dummerweise habe ich bei der letzten großen Aufräumaktion auch meinen Zollstock verschwinden lassen, so dass ich den gerade nicht zur Hand habe. Aber vielleicht zum Vergleich einfach mal das MUDIST, das ja auch wirklich ein großes Messer ist. Da seht ihr schon, das Sigma ist definitiv nochmal eine Nummer länger. Schneide an Schneide, könnt ihr hoffentlich sehen, fast ein Zentimeter mehr Schneide beim Sigma. Dazu dieser wahnsinnig ergonomische Griff. Das Ding begeistert mich total. Ich kann es nicht anders sagen. Und ich bin so unglaublich dankbar für die Leihgabe, dass ich dieses Teil hier einfach mal befingern durfte. Ja, das sind die Momente im Leben eines Messerfans. Da drehst du durch. So, zum Vergleich. Das Nudist ist ja wirklich schon heftig gefräst, um Gewicht einzusparen. Und ist definitiv auch ein großes Messer. Das liegt bei knapp unter 130 Gramm. Und das ist für die Größe ein Spitzenwert. So, und jetzt kommt das Sigma, noch eine Nummer größer. Klinge nochmal länger. 88,3 Gramm. Das ist ein Wert, der ist vergleichbar mit... Boah, was habe ich denn? Was habe ich denn in Reichweite? Schauen wir mal. Das kleine MKM Pharah Slip Joint wiegt 93. Das ist 5 Gramm schwerer als das hier. Und kurz zum Vergleich. Ne, just saying. Also, was hier auf die Beine gestellt wurde von Sinkiewicz und Shiro Gorov, ist der absolute Wahnsinn. Das Teil in dieser Ausführung, mit dieser Handlage. Ja, über den Flipper-Tab kann man diskutieren. Muss man nicht. Ihr habt eben gesehen, beim allerersten Versuch hat das Flippen nicht funktioniert. Da muss man wirklich konzentriert an die Sache rangehen. Dann flippt das Ding aber auch wirklich ordentlich. Detent ist nicht der stärkste. Man kann die Klinge aus dem Heft rausschütteln. Aber, wie gesagt, das Ding macht so viel richtig. Da kann man diese Kleinigkeiten auf jeden Fall verzeihen. So, jetzt schauen wir uns ganz kurz, damit alles mit richten Dingen zugeht. Nochmal extra, extra, extra auf Sira. Ne, ihr wisst, was ich meine. So, wir haben, naja, sogar mehr. 3,8, ungefähr 3,85 Zentimeter Klingenstärke oben an der Basis. So, und ungefähr mittig gemessen. Und keine Sorge, ich bin vorsichtig. Ja. Das hat der Onkel eben gesagt. 0,3 bis 0,35. Es sind 0,34. Wieder mal bin ich froh, dass ich mich nicht allzu sehr blamiert habe mit meiner Einschätzung. Ja. Sinkiewicz, Chirogorov, Sigma. Ein Traum von einem Taschenmesser. Optisch muss es einem gefallen. Wenn du es in die Hand nimmst, gibt es keine zwei Meinungen. Das Ding ist ganz, ganz nah an der Perfektion. Preislich leider weit über dem, was ich mir jemals erlauben könnte. Von daher nochmal meinen ganz, ganz lieben Dank für diese Leihgabe. Ich bin schlichtweg begeistert, dass ich dieses Teil mal in die Finger kriegen konnte. Es ist ja nicht mehr ganz neu. Die ersten Videos sind mittlerweile über ein Jahr alt zu diesem Modell. Das war ein kurzer Hype, der schnell wieder abgeflacht ist, weil das Messer ja natürlich auch mittlerweile nicht mehr verfügbar ist. Von daher betrachtet mein Video jetzt als Ausdruck meiner Begeisterung, als kleinen Nachzügler zu diesem Thema. Nicht mehr und nicht weniger soll es sein. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wann immer ihr dieses Video schaut. Und ich sage, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin. Bye, bye. Bye, bye.